Hey Leute, was geht ab euch? Heute gibt es hier wieder mal ein Mail-Day-Video, beziehungsweise ein Briefchen. Ich habe wieder Post bekommen, beziehungsweise ich habe getauscht, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe so viele E-Mails bekommen wegen Tauschanfragen, hast du die Club 100 und so weiter, ganz viele Nachrichten bestimmt. 30, 40 Stück und da halt immer zu antworten und dann bekomme ich auch eigentlich immer ganz schnell eine Antwort. Ist ein bisschen schwierig, aber ich versuche euch immer so innerhalb von 2-3 Tagen auf jeden Fall zu antworten. Wenn es mal länger dauert, tut es mir leid und heute gibt es hier wieder mal ein Briefchen. Alles, was mir zugeschickt wird, beziehungsweise wenn ich mal tausche, mache ich davon halt immer ein Video. Hier haben wir einen Brief, da vorgelesen werden, okay, wir holen einfach mal alles raus. Ich habe nämlich die Adresse jetzt nicht weggemacht, deswegen kommt der normale Brief erstmal zur Seite. Hier haben wir einen Brief, da vorgelesen werden. Ich werde mir auch alle Briefe aufbewahren, hatte ich ja im letzten Video schon gesagt. Ich habe da so einen extra Ordner gekauft. Hi Dennis, ich freue mich, dass wir tauschen konnten. Hoffentlich können wir es irgendwann mal wieder tun. Okay, hier fehlt ein D, Dominik. Hier fehlt ein D bei Irgendwann und Irgendwann mal wird auseinander geschrieben und Irgendwann wird dann mit Doppel-N geschrieben. Und wieder wird mit IE geschrieben, aber ich möchte dich jetzt hier auch nicht verbessern. Mit freundlichen Grüßen, okay, ich möchte dich doch verbessern, aber ihr wisst schon, was ich meine. Mit freundlichen Grüßen, Dominik und so weiter. PS, danke für den Tausch. Ja, ich kann mich auch bei dir bedanken. Fettes Dankeschön an dich. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt hier bekomme. Weil, wie gesagt, ich habe so oft getauscht, deswegen habe ich da den Überblick verloren. Auf jeden Fall, den Brief werde ich mir wieder aufbewahren. Sehr schön, wenn man sich die Briefe in 20, 30 Jahren anguckt, ist es einfach geil, meiner Meinung nach. Jetzt machen wir hier mal auf. Und was haben wir da? Da haben wir, es ist mal eine richtig geile Idee, die hier so festzukleben. Wenn ich die jetzt ordentlich abbekomme. Ja, sehr schön. Matchwinner John Anthony Books. Dann haben wir hier endlich, endlich ist Paul da. Nämlich, den habe ich mir ertauscht. Bronze, limitierte Auflage, Paul, Fairhawk. Sehr nice. Endlich habe ich Paul bekommen. Endlich, endlich ist er da. Endlich kommt er in mein Album rein. Dann habe ich hier noch eine Taktikkarte. So. Die hätte man eventuell auch in Hüllen packen sollen. Weil ich weiß nicht, ob hier hinten was abgeht. Sieht gut aus, aber in Hüllen wäre es noch geiler gewesen. Paule hat er ja in die Hülle gepackt. Aber sonst ist eigentlich eine richtig geile Idee hier, die so festzukleben. Muss ich mir merken. Dankeschön, Dominik. Und dann, ja, war es eigentlich hier schon so gut wie mit dem Video. Es gibt heute vier Kärtchen zu sehen. Einmal John Anthony Books als Matchwinner, den ich jetzt mittlerweile doppelt habe. Und dann hier noch, ja, ich möchte hier mal Paul, Paule aus der Hülle holen. Und damit, ja, ich, wie mache ich das? Ich schneide die einfach an der Seite auf. Wenn ich die Kleber da oben abmache, vielleicht mache ich da die Karte mit kaputt. Dann mache ich lieber die Hülle kaputt, weil ich habe noch ganz viele Hüllen zu liegen. Und ich ordne die Karte ja eh ins Album ein. Und dann haben wir jetzt hier auch Fairheck aus die Hülle. Ich, gutes Deutsch, aus der Hülle geholt. Bronze, limitierte Auflage, sehr schön. Ja, und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn ihr auch mit mir tauschen wollt oder wenn ihr mir irgendwas zusenden wollt, ja, schreibt mir einfach mal eine E-Mail, pexunitedatgmx.de und ich werde euch innerhalb, ja, ich kann euch nicht genau beantworten, wann ich denn immer Zeit habe, ja, weil ich ja nebenbei noch eine Ausbildung mache. Deswegen kann ich eigentlich meistens nur abends in mein Postfach schauen. Ja, ihr wisst schon, ihr wisst schon, ihr wisst schon, ihr wisst schon, wisst schon, dann bin ich raus. Tschüssikowski und ciao.